Schönen guten Tag, mein Name ist Jörg Siebert. Ich begrüße Sie hier recht herzlich bei Espresso Tutorials. Neben mir Herr Gerald Prior von der CoFinPro AG aus Frankfurt. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag Herr Siebert. Die CoFinPro ist jetzt zum fünften Mal als einer der 100 besten Arbeitgeber in Deutschland gewählt worden. Wie haben Sie das geschafft? Ja, wir haben es nicht geschafft. Ich sage mal so, das haben alle zusammen geschafft. Great Place to Work ist ein sehr interessantes Konstrukt, wie das konzipiert ist. Im Prinzip baut es auch auf eine Art Trust Index, also wie hoch ist die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens, wie offen ist die Informations- und Kommunikationspolitik, wie glaubwürdig, fair und gerecht ist die Führung im Unternehmen und wie findet Kooperation im Unternehmen statt. Und da werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens befragt. Das sind anonymisierte Fragebögen. Und wir haben es fünfmal in Folge tatsächlich geschafft. Sind wir auch ganz stolz drauf, als kleines Unternehmen mit knapp 100 festangestellten Beraterinnen und Beratern, das fünfmal in Folge gewinnen zu können. Jetzt haben wir diesen sogenannten Bronze Award bekommen für fünf Jahre in Folge. Der wurde nicht so oft vergeben. Gebaut haben wir es alle zusammen. Das war nicht einer oder zwei, sondern das war das große Team, das das Schritt für Schritt so aufgebaut hat. Und ja, wir sind eine glaubwürdige Firma. Herr Prior, wie ist das, wenn ich in meinem Lebenslauf die eine oder andere Lücke habe? Also quasi ein kleines Handicap mitbringe in unser Bewerbungsgespräch. Macht es dann Sinn für mich, das zu kaschieren? Soll ich offen spielen? Also wie gehe ich mit diesem Hindernis um, was ich ja nicht aus dem Weg räumen kann, weil diese Lücke ist nun mal da, sei es jetzt motiviert beruflich oder privat? Wie sollte ich als Bewerber damit umgehen? Immer offen spielen. Also immer bei der Wahrheit bleiben. Das ist, glaube ich, das A und O im Leben. Immer ehrlich bleiben, immer anständig bleiben und die Dinge so darstellen, wie sie sich ereignet oder zugetragen haben. Und wenn mal was schiefgelaufen ist, ich habe da gar keinen Schmerz mit, wenn ein Bewerber sagt, ich habe mich einmal für die falsche Firma entschieden, habe es nach sechs Monaten gemerkt. Die Gegenseite hat es auch gemerkt. Wir haben beide in der Probe gesagt, das ist doch kein Problem. Das kann passieren. Es kann auch passieren, dass man vielleicht, ja, sei es gesundheitliche Gründe oder Burnout-Effekt oder, oder, oder. Ja, also die meisten Lücken sind ja erklärbar. Ganz offen damit umgehen, ganz offen darstellen, so erläutern, wie es ist. Der Gegenüber würde ansonsten recht schnell merken, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Das ist dann viel peinlicher, wenn man danach nachbohrende Fragen gestellt bekommt. Also lieber offen spielen und Sie würden das dann quasi in ein Gesamtbild des Bewerbers mit einpassen? Definitiv, ja. Natürlich im Laufe der Jahre. Also ich durfte schon relativ viele Bewerbungen in meinem Leben screenen, sehen, Bewerbungsgespräche führen, Mitarbeiter einstellen und so weiter. Man kriegt seine Muster, man kriegt seine Schemata. Also zum Beispiel, ich achte persönlich sehr stark darauf, dass nicht alle zwei Jahre gewechselt wird, weil das ist dann irgendwo so ein Zeichen, naja, alle zwei Jahre muss der nächste Karriere-Sprung kommen. Oder was will ich mit einem idealen Mitarbeiter? Ich suche Überzeugungstäter, ich suche nicht den Jobhopper. Oder man schaut, wenn dreimal nacheinander binnen sechs bis neun Monaten ein Wechsel da war, dann muss man durchaus genauer hinterfragen. Waren es jeweils Insolvenzschwierigkeiten des Arbeitgebers oder waren es vielleicht auch Schwächen des Bewerbers? Aber selbst da wäre mein Tipp, immer offen damit umzugehen und zu sagen, ich hatte damals den Skill, der an der und der Stelle gefordert war, hatte ich nicht. Inzwischen habe ich mir den erarbeitet, inzwischen habe ich die Erfahrung, wenn das glaubwürdig ist, Mut zur Lücke. Aber Mut zur Lücke im Sinne offener Umgang damit. Wie wichtig sind für Sie die neuen Medien? Facebook, Twitter, Xing. Erstmal im Privaten, wie nutzen Sie die und wie nutzen Sie die als Firma? Gut, differenzieren wir genau, private Sicht. Persönlich, ich bin kein Fan von Facebook, auch nicht von Xing. Ich habe nur einen LinkedIn-Account, den habe ich noch aus meiner Zeit, als ich im E-Commerce international tätig war. Dort pflege ich mein Netzwerk. Beruflich spielt es für uns nur eine Rolle auf der Bewerberseite, sprich nur im Bewerbermarkt. Dort nutzen wir natürlich von Facebook über Twitter bis Xing-Accounts und Kununu-Plattformen. Auch solche Auszeichnungen mit Great Place to Work helfen uns, dass wir als kleines Unternehmen im Kampf um diese eng gewordenen, hochqualifizierten Technologieressourcen, da muss man diese zwei Netzwerke nutzen. Auf der Kundenseite bräuchten wir weder Facebook noch Twitter noch Xing, weil im Beratungsgeschäft, das ist wirklich noch Face-to-Face, man sitzt zusammen, es wird etwas gemeinsam ausgearbeitet und die Lösungen, die wir bauen, sind häufig im Hintergrund, also im Backoffice angesiedelt. Da macht man keine Werbung über Facebook oder gewinnt keinen Blumentopf über Twitter. Das funktioniert. Nutzen Sie die sozialen Kanäle eher fürs Recruiting, dass Sie über die Schiene Personal suchen oder zumindestens abprüfen, passt der eingereichte CV zu dem, wie jemand sich selber darstellt? Ach, da liest man auch viel drüber, wir tun es nicht. Wir lassen uns von der Bewerbungsmappe und vom persönlichen Erscheinen und vom persönlichen Auftreten des Bewerbers überzeugen, was der mal in seiner Jugend auf Facebook gemacht hat. Ganz ehrlich, schwammend drüber, das ist nicht unser Interesse. Also solche Nachforschungen stellen wir nicht an. Wie wichtig ist eine gute Selbstdarstellung eines Bewerbers bei Ihnen? Sie ist notwendig, aber nicht hinreichend. Wir entschuldigen durchaus, wenn es ein Bewerber ist, der vielleicht aus einer anderen Kulturzone, aus einem anderen Sprachkreis kommt, dass das Bewerbungsanschreiben oder die Bewerbungsmappe anders aufgebaut ist oder auch wenn sprachliche Fehler drin sind. Bei uns ist in den Projekten sehr häufig die Projektsprache Englisch. Natürlich müssen wir auch mit den Kunden, die Projektsprache Deutsch haben, in Deutsch kommunizieren. Aber selbst da ist heute im Technologiebereich Usus, dass man reichte Schwächen oder so etwas sieht. Eine gute Selbstdarstellung ist wichtig, aber mir bringt nichts, wenn einer sich wie ein Einzelkandidat darstellt, aber die Interpersonal Skills sind im Endeffekt entscheidender. Und da zählt das persönliche Gespräch. Und auch dort eine überzogene Selbstdarstellung ist etwas, was wir gar nicht mögen, sondern bei uns im Metier, in unserem Branchenzweig geht es um Authentizität. Das heißt, Selbstdarstellung, Self-Orientation eher in den Hintergrund nehmen und eher ein dezentes, gutes Auftreten mit ihm.